also wir dachten es wäre fisch von weitem sah es im regal so aus da natürlich hier keiner auch nur ansatzweise englisch oder deutsch spricht haben einfach akzeptiert was wir bekommen haben und es ist eng geschredderter tutan 36 grad und wir sind in der ukraine hier gibt es mega gute autos mega gutes essen und bisher sonst nicht viel zu berichten außer dass der grenzübergang einfach war einfacher als nach moldawien hier noch mal in hd